Ein Ski für alles am Berg, das bieten die sogenannten All-Mountain-Ski-Modelle. Und vier der Top-Modelle habe ich dir hier im Skitest mitgebracht und die testen wir jetzt. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Und damit nochmal ein herzliches Servus und herzlich willkommen bei snowhow.de, dem Kanal für Skitestvideos auf YouTube. Mein Name ist Marius und ich stehe hier am Kaunertaler Gletscher bei richtig guten Testverhältnissen. Und ich habe euch vier der aktuellen All-Mountain-Ski-Modelle mitgebracht und die werden wir in diesem Video so richtig testen und unter die Lupe nehmen. Wie ihr wisst, bei unseren Skitestvideos rücken wir euch in den Mittelpunkt. Wir möchten genau bestimmen, welches einzelne Modell sich für deine Wünsche genau eignen könnte. Und das machen wir als Sport2000-Ski-Experts-Händler sowohl in der Beratung hier bei YouTube als auch bei uns im Ladengeschäft oder im Online-Shop. Vorab die Frage, welche All-Mountain-Ski-Modelle sind bei dir gerade in der engeren Auswahl und worauf achtest du beim Skikauf? Gerne auch alle Fragen unten in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns auf den Austausch. Und bevor wir gleich im Video die einzelnen Ski genauer vorstellen von Atomic Fischer, Head & K2, geht es jetzt zunächst um diese Kategorie der All-Mountain-Ski mit Bezug auf die Piste. Wir haben einen All-Mountain-Ski-Test in diesem Jahr im Bereich Freeride produziert. Da sind die Skien noch etwas breiter in der Mitte. Und wir haben diesen Skitest hier. Diese All-Mountain-Modelle sind schon eher noch auf der Piste zu Hause. Doch wann eignet sich ein All-Mountain-Piste-Modell genau für dich und für dein Können? Genau dann, wenn du auf der Suche nach einem Ski bist, mit dem du viele Facetten am Berg abdecken kannst. Auf der einen Seite mal auf der Piste unterwegs sein, dort aber vielleicht auch beim aufgeworfenen Schnee, dann bei frischem Neuschnee. Da bieten eben diese Modelle überall eine gute Performance. Und das macht es aus, wenn du einen Ski suchst, der die All-in-One-Lösung am Berg ist für deinen Urlaub, dann bist du bei den All-Mountain-Modellen sehr gut aufgehoben. Und jetzt gehen wir auf in die Skitest-Aufnahmen. Wir haben diese Modelle natürlich richtig gut hier oben am Kaunertaler Gletscher für euch getestet. Ich wünsche viel Spaß mit den Videos. Eieieiei, was für Verhältnisse hier oben. Wir hatten wirklich aufgeworfenen Schnee auf der Piste. Wir waren neben der Piste unterwegs und dann nochmal auf der glatt gebügelten Piste. Und das sind genau die Bedingungen, die diese Skimodelle so richtig lieben, nämlich wechselhaft. Und jetzt möchten wir genauer auf die einzelnen Modelle eingehen und starten darf ich dabei mit dem Atomic Redster Q9.8. Und da haben wir einen hochsportlichen All-Mountain-Pist-Ski, mit dem man im hohen Tempo auf der Piste unterwegs sein kann, aber gut und gerne auch mal in den aufgeworfenen Schnee gehen kann. Er zieht einfach über die Kante rein und überfordert dabei nicht. Also wirklich ein spaßiger All-Mountain-Ski. Und der kann genau für dich gut geeignet sein, wenn du hauptsächlich auf der Piste und das auch mit Tempo unterwegs sein möchtest, in den langen Radien auf der Kante und dann eben die Option haben möchtest, mal im aufgeworfenen, im frischen Schnee unterwegs zu sein. Weiter geht's mit dem Fischer RC1 82 GT. Und dieser All-Mountain-Ski ist sehr fehlerverzeihend. Ihr habt es in den Aufnahmen gesehen, es waren immer mal wieder Hügel auf der Piste und da muss man seine Fahrtechnik anpassen. Und das geht mit dem 82 GT von Fischer richtig gut. Dieser Ski ist vor allen Dingen auch kräfteschonend. Das heißt, er ist für dich super geeignet, wenn du einen All-Mountain-Pist-Ski suchst, der dir den ein oder anderen Fahrfehler verzeiht und dir am Ende des Tages keine schweren Oberschenkel serviert. Dann kommen wir zum Head Shape EV10 und dieser Ski hat zunächst einmal eine sehr edle Optik und er hat ein neues Bindungssystem, nämlich die Protektor-Bindung, die vor Knieverletzungen schützen soll. Im Test zeigt er sich als sehr drehfreudiger Ski, mit dem man vor allen Dingen die kurzen Radien sportlich fahren kann. Das heißt, er ist vor allen Dingen für dich geeignet, wenn du einen All-Mountain-Ski suchst, mit dem du in den kurzen Schwüngen auf der Piste gut unterwegs sein kannst und dann auch mal im Tiefnee die kurzen Radien durchziehen kannst. Nun, last but not least, zum K2 Disruption 82 Ti. Und ich muss sagen, das ist mal was ganz anderes aus dem Hause K2. Hier haben wir einen laufruhigen und sehr tempostabilen All-Mountain-Ski, der auf der Piste in den langen Radien zu Hause ist. Das heißt für dich, wenn du einen wirklich brettharten und tempostabilen All-Mountain-Ski suchst, mit dem du richtig Spaß auf der gebügelten Piste haben kannst, aber dann auch mal, wenn du Tiefschnee ist, mit diesem Ski abseits fahren möchtest, dann eignet sich der K2 Disruption 82 Ti sehr gut für dich. Und jetzt ziehen wir einmal über alle Ski ein kurzes Fazit. Was sind die wesentlichen Knackpunkte? Der Atomic Redster Q9.8 ist sportlich auf der Kante. Der Fischer RC1 82 GT ist fehlerverzeihend und drehfreudig. Der Head Shape EV10 ist ein sehr drehfreudiger All-Mountain-Ski und der K2 Disruption 82 Ti nimmt dich mit in die sportlichen, langen Radien. Und damit hoffe ich, dass euch dieses Skitest-Video hier von Snowhau gefallen hat. Und wenn ihr weitere Details, wie die verfügbaren Längen, die Schwestern und Brüder von diesen Skiern sehen möchtet, dann schaut doch gerne auf unserem Online-Shop snow-hau.de vorbei. Alle Ski sind auch unten in der Beschreibung direkt verlinkt, sodass ihr euch das im Detail nochmal angucken könnt. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Skitest-Video wiedersehen, was direkt hier eingeblendet ist, das All-Mountain-Freeride-Video. Und ich wünsche euch eine fantastische Skisaison und bis dahin. Tschüss vom Kaunertaler Gletscher.